Es geht weiter Einfach mitnehmen. Kann man immer gebrauchen So, ich gehe mal stark davon aus, dass er wieder hier irgendwo in dem Gebiet ist Das war jetzt mal, okay Schwirren rum zeigen mir nie den richtigen Weg Aber jetzt Ja, ich habe wohl dieses Jahr wieder eine zu machen Eine Top 10 Games Die wird auch ein wenig hübscher aussehen als die Aus den letzten Jahren Ah, wir sind schon da Die haben es gefunden Da ist er Oh mein Gott, da war der noch nie Da war der wirklich noch nie Zu den Top 10 Games kann ich sagen Ich kann euch eine Geschichte erzählen Falls ihr die hören möchtet Also, Ohren auf Guten Abend Geschichte Ich habe circa 2012 YouTube angefangen War glaube ich 2012, ja klar Und Hab da Spontan entschieden Die Top 10 Games zu machen Und es war ein Haufen Arbeit Ich werde das nie vergessen Ich kam quasi von der Arbeit Und Hab da noch den Text geschrieben Ich musste alles edizieren Ich musste mir das Gameplay raussuchen Und ich habe die Videos an einem Tag produziert Und das war so scheiße viel Arbeit Das werde ich nie vergessen Ich bin jeden Tag spät schlafen gegangen Direkt von der Arbeit aus Direkt angefangen damit Und dann bis 11 Uhr in der Nacht noch das gemacht Ey, ich war so fix und fertig Und dann habe ich die Jahre mal so gecheckt Okay, du könntest das Ganze auch mal vorbereiten Dann hast du nicht so viel Stress So viel dazu Das war auf jeden Fall eine witzige Zeit Weil das so einfach so spontan war im Dezember Ich wollte das auf jeden Fall noch dieses Jahr Also dasselbe Jahr fertig kriegen Und Das war eine heftige Zeit Auf jeden Fall Jetzt könntest du mal meinen Oh, was hast du denn groß gemacht Oder so Naja, geh mal den ganzen Tag arbeiten Und versuch dann nochmal kreativ zu sein am Abend Nicht so einfach Muss ich zugeben Gerade wenn man sich die Texte ausdenken muss Die richtigen Szenen zum Text müssen passen Das sind so die kleinen Sachen Und das war eine relativ große Herausforderung Kam aber super gut an Das hat mich mega gefreut Und Der Stream ruckelt Ich weiß Auch wenn es keiner gerade Schreibt Kann leider nichts dafür Ich weiß nicht, woran es liegt Ob OBS abspackt oder was Es gibt Tage, da läuft es gut Es gibt Tage, da läuft es nicht Ich weiß es nicht Ich habe einen Blitzkäfer Ich hoffe Ich kann ihn vervielfältigen Dann könnte ich die ganzen Monstermausen Luft fischen Na folgt mich doch, wenn euch die Top 10 gefallen hat Du alten Breathlos, ey Oh Mann Genau, tüssi So, jetzt geht es mal bergab hier Habe ich zum ersten Mal jetzt gesehen Dass es geht Und ich gehe hinterher Blub, 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 blub Oh, ich konnte mich noch retten Drei Monster in der Nähe What? Ach komm, muss ich extra die scheiß Waffe jetzt dafür wegpacken? Lame Da ist der Schwung, den ich gesucht habe Wir müssen weiter kräftigen Das ist so ein Sack, ey Weiß ich das eigentlich schon, wenn man sich Stufe 1 kräftig Ich glaube schon, oder? Ja Hey Mensch Ja, dass man nicht jedes LP gucken kann, das ist klar Das ist auch super viel Zeit am Tag etc Und natürlich gefällt jetzt nicht jedem, jedes Spiel, was ich sage, ist aber okay Gut gemacht Endlich kann ich den Mampa knallen Oder auch nicht? Boah, krass, ey, wenn man auflädt Holy Moly, ey Gut, dass es einer mit kräftigen erwähnt hat Und ich habe es vergessen Das ist geil, wenn das Vieh abbaucht und man fuchtet da einfach so mit der Waffe rum, ey Tobi Kalachi ist ein cooles Vieh Da rennen doch nicht die Bäume um Wer weiß, wie viele Jahrtausende, die hier schon stehen Oh, voll reingegangen Oh, voll reingegangen Und für alle, die es nicht mitbekommen haben In Red Hat Redemption Werden wir hundertprozentig ein Pferd haben Und dieses Pferd wird heißen Pferd heißen Ja 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 Du kleiner Rethelos Ich hau dem so eine rein, ey Dieses verdammte Vergiften immer Der Schwanz ist ab Ich glaube, man muss ihn auf Stufe 3 kräftigen Um dann quasi Stufe 3 kräftigen zu bekommen Ich glaube, es reicht, wenn man einmal aufhört und dann kräftig Ja, weil steht ja jedes Mal Kraft auf Laden Da hatte ich so rotes Zeug dabei Lass mich bloß in Ruhe Das kriege ich noch Okay Macht keinen Unterschied Gut gemacht Denn ich brauche Diesen Rethelos Solche Dinge Was mich dazu gebracht hat, YouTuber zu werden Das hört sich zwar doof an Aber ich weiß es selber bis heute nicht Das ist die ehrliche Antwort Ich habe einfach damit angefangen, weil ich Lust dazu hatte Das ist eigentlich alles Ich habe damals, wo Let's Plays noch nicht so berühmt waren Viel die Amerikaner geguckt Die haben dann mit den Let's Plays schon angefangen Und da hieß es aber noch nicht Let's Play Da hieß es mehr Walkthrough oder so Und da habe ich zum Beispiel jemanden geguckt Der hieß Darkside Phil Und man kann sagen, dass der mich eigentlich dazu inspiriert hat Überhaupt Videos zu machen Das war heutzutage nicht mehr so berühmt wie damals War einer der aller aller allerersten Der das gemacht hat Und man kann sagen, dass der mich inspiriert hat Diese kleinen Viecher Ich schlitz euch alle auf, ey Ey, die killen mich hier, ey Ich hau ja schon ab Das ist so die Story dahinter Also Einfach damit angefangen Nicht großartig Was erwartet davon Und ich habe noch nicht mal damit gerechnet Irgendwie damit irgendwie Geld zu verdienen Oder so Das kam einfach Keine Ahnung Das kam einfach Aber das war nie mein Hauptziel Cool, die brauche ich nämlich, die Spuren Okay Rathalos Führ mich hin Ja, wir machen heißen Pferd Great again Aber sowas von Wie ich gerade sehe Sind die Ruckler auf einmal weg Nice Vielleicht hat mein PC auch ein Kühlungsproblem Das habe ich auch manchmal so in Verdacht Aber ich muss sagen Die PS4 Pro Die streikt bei dem Spiel auch manchmal richtig heftig Und viele Objekte hier zu Bearbeiten sind Oder was auch immer Drei Monster da sind So wie jetzt hier zum Beispiel Gut, es sind gerade zwei Aber whatever Ist das schon ziemlich heftig Sollen die sich da mal bekämpfen Dün, dün, dün Oh Gott, von denen sollte ich mich fernhalten Gehe in die Falle Ich habe bestimmt der Falsche gleich in die Falle Ja Was ist hier los? Ich habe null Überblick gerade Er flüchtet Aber wie extrem der geflüchtet ist So habe ich den noch nie flüchten sehen Damage Und ich kriege auch noch Damage Ja genau Das hat Twitch definitiv erkannt Also Wenn ich irgendwann mal Twitch Partner werden sollte Und diese ganzen Abonnements Und so geben wird Ich glaube, ich werde diese Gruppe dann Heisenpferde nennen Ich weiß nicht Ich bin ja auf den Namen gekommen Ich finde es mega witzig Können wir den fangen? Ihr seid die Besten Ihr seid so gut Richtig nice Genau Chillen und ein bisschen so Aber es gibt eine Sache, die euch vielleicht schocken wird Ich selber trinke keinen Alkohol Ich trinke keinen Tropfen Getrunken schon mal, ja Auch nicht, weil ich mich halt mal so abgeschossen habe Dass ich nicht mehr wusste, wer ich war Das ist nie passiert Ich weiß nicht Ich trinke einfach nichts Aber respektiere die Leute, die es tun Und habe auch da absolut nichts gegen Das ist einfach nichts für mich 9000 Ich kann mir immer noch nicht meine Waffe machen The fuck Mach dich auch was gefasst Hey, yeah Auf jeden Okay Einmal Rathalos noch Dann würde ich sagen, war es das für heute Gerade weil wir Heute so viel Spaß haben Mache ich eine kleine Zugabe Endlich einer, der mich versteht Also du trinkst wahrscheinlich auch nichts Wie gesagt, das ist Das ist nicht irgendwie Weil ich mich mal abgeschossen habe Und sage Oh, nie wieder Nein, ich trinke nie wieder was Nee, das ist nicht der Fall Absolut nicht Das ist einfach nichts Das ist nichts für mich einfach Punkt Stimmt Ich kann wirklich Sachen verkaufen Die ich nicht brauche Hier Werdet ihr mich vielleicht für doof erklären Oh, was soll ich denn verkauft? Oh my god Whatever Nein, ich bin kein straight edge Oder so Nein, ich bezeichne das als nichts Also das Einzige Ich esse Fleisch Alles mögliche Ich bin kein Veganer Oder so Aber ich trinke einfach kein Alkohol Ich nenne es auch nicht irgendetwas Ich trinke einfach kein Alkohol Das ist auch keine Lebenseinstellung Oder so Ich tue es einfach nicht Genau Ist so Was soll ich sagen Gebt mir diesen Neuen Schicken Hammer Will den haben Der sieht genau so aus wie der Alte Hat vielleicht ein paar Risse mehr Oder so Was haben wir als nächstes Großfelsen Kann der sich auch mal bitte verändern Denn Diese Form wird langsam langweilig Aber ich bleib bei Den Knochenbaum Felsen Dingens Bummens Finde ich cool Aber wenn man mal überlegt Wird es eigentlich mal Gar nicht so doof In diesen Baum reinzugehen Weil wir halt so viel Dunnerschaden haben Gegen die Drachenviecher Aber hier machen wir bald Drachenschaden Also von daher Whatever Gegen die Drachenältesten Bestimmt super Habe ich den ausgerüstet? Ich gehe mal lieber checken Ja Großfelsen 1 962 Im Angriff Läuft mit Schaden Würde ich sagen Was kann ich Rathalos mäßig herstellen? Ausrüstung Schmieden Ausrüstung Nichts Klar Ich habe keine Kohle Hilfe Fehlt mir der Rückenpanzer Und der Rubin Oh Gott Plus Schuppen habe ich ohne Ende Hier auch Panzer Das könnte ich machen Und Panzer Panzer fehlt mir Na ja Der Rubin Falle habe ich dabei Tränke habe ich dabei Ja sollte passen Nichts kann uns aufhalten So sieht es aus Okay Letztes Mal für heute Der Rathalos Ich weiß Ihr könnt ihn wahrscheinlich Nicht mehr sehen Aber das ist Monster Hunter Yey Beziehungsweise Ich möchte einfach So eine komische Rüstung haben Genau Es gibt auch Cocktails Ohne Alkohol Und so Klar Guck uns die Sequenz an Ich finde die so cool Ey ich will die gleiche Katze haben Oh mein Gott Guckt euch diese Katze an Die anderen Klar das sind die normalen Guckt euch diese Chefkatze an Die Muskel Ey es gibt keine coolere Katze Ja das stimmt Die wissen wer sie nach Hause fährt Ja Eisen fährt Das lustige ist Das habe ich noch nie gemacht Ich habe noch nie jemanden Irgendwie besoffen nach Hause gefahren Psycho hey Heisenkatze Ja das ist die Heisenkatze Fuck yeah Das ist Heisenkatze Guckt euch diesen muskulären Katzenkoch an Mein Gott Ne ist der geil Ich flippe gleich komplett aus Ey Guckt euch den nochmal an Wie cool der ist Diese Narbe Dieses Schwert Hat er von Klaut Aus Final Fantasy 7 geklaut Wahrscheinlich Ich flippe gleich komplett aus Sounds like metal Guten Abend Als ob ich will Dass mir irgendjemand mein Auto vollkotzt Lustig ist aber Wenn andere Leute besoffen sind Und du bist es nicht Das ist Spaß deines Lebens Die können sich an nichts erinnern Ey und Du stehst dann entweder daneben Mit der Kamera Und bist ein richtiger Arsch Oder du bist halt kein Arsch Ja es gibt jeden Tag Ein Livestream Für diesen Noch nicht gemerkt haben Jeden Tag Schon seit Januar Aber kein Thema Folge der Spur Hey Folge der Spur Für unbekanntes Monster Nein Wenn das ein Drachenelster ist Den wir schon bekämpfen sollen Dann nicht Oder ist es der Rathalos Habe ich überhaupt die richtige Quest angenommen Ich habe gar keine Ahnung Oh ich bin schon